Hm, Digga, ich war gestern, also Geist ist krank besoffen, hab auch zweimal im Club gegöbelt, Digga, das ging gar nicht mehr klar, das war auch schon irgendwie so 20 vor 3, war so ein Kumpel hatte Geburtstag, da war erst das Pre-Drinks bei ihm so, und dann hat der einfach so full Flaschen in den Club geholt, Alter, so alter, hat er so gottlose Mischen aufgetrunken, das war richtig fettgereiert, alter, das ging gar nicht klar, also wirklich, Geist ist krank besoffen.